Tatsächlich kam ich hier auf Empfehlung von einem ehemaligen Kunden, dem Bert Hilgenberg. Der hat mir die Veranstaltung empfohlen. Ich wollte mal reinfühlen, explorieren, den Mittelstand in Deutschland, wie die Unternehmer miteinander umgehen. Ich pflege bisher wenig Netzwerk und habe die Veranstaltung einfach mal interessant gefunden, da mal reinzuschnuppern. Natürlich war ich auf ähnlichen Veranstaltungen schon mal, aber nicht so häufig. Ich hatte mit was anderem gerechnet tatsächlich und bin super positiv überrascht. Erwartet hatte ich ihren oberflächlichen Austausch, erlebt habe ich tiefe persönliche Gespräche, sehr offen, sehr herzlich. Bin als neuer Mensch hier wunderbar ins Netzwerk aufgenommen worden. Da ist auch echt Dankbarkeit. Die Menschen, die länger hier sind, haben sich rührend um mich gekümmert. Und ich habe ganz viel gelernt. Besonders war für mich der Austausch unter Unternehmern. Also die Unternehmerdichte ist maximal groß, weiß es nicht, kann es nicht messen, 90 Prozent gefühlt. Fast keine Berater erlebt hier. Und der Austausch unter Geschäftsführern, Gesellschafter, Geschäftsführern, super wertvoll für mich. Wir haben alle ähnliche Themen, auch wenn wir aus verschiedenen Branchen kommen. Und das war eine echte Bereicherung. Chapeau. Also wirklich dickes Kompliment. Ich würde die Teilnahme allen mittelständischen Unternehmern, Geschäftsführern empfehlen. Egal in welcher Branche. Ich komme selber aus der IT-Branche. Bin ziemlich in meiner IT-Blase und habe das bereichernd erlebt, mal die Blase zu verlassen. Und ich komme selber aus der IT-Branche. Und ich komme selber aus der IT-Branche. Vielen Dank.